Herzlich Willkommen auf DAB-Log, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute zum DAB-13 möchte ich einfach mal hier diese kleine Statistik oder Übersicht einfach mal aufmachen und euch zeigen, was momentan los ist. Die Klickzahlen sind ein bisschen wenig, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Likes, die Kommentare, dieses Miteinander. Natürlich der eine oder andere Kommentar ist von mir auch genötigt und erzwungen worden, weil es ein GWW gab und dementsprechend gibt es heute auch noch mal ein GWW. Als Dankeschön dafür, dass ihr so toll mitmacht und vor allen Dingen, wenn ich sehe, fast überall 100 Prozent hier unten am Tag zwei, da haben sich zwei Leute verklickt. Kann auch mal passieren in der Hektik der Vorweihnachtszeit. Von daher, also das ist ein absoluter, für mich ein absoluter Rekord. Das ist ja ein richtiger Traum, wenn man sich das so anguckt. Das ist so, ach, das ist Balsam auf der Seele. Das ist wirklich so schön, freut mich und da verzichte ich, wie gesagt, auf irgendeinen Klick, der sowieso den Kanal eigentlich nicht sehen möchte und da einfach nur zufällig drauf geklickt hat, sondern das hier, wie gesagt. Ich kann eigentlich nichts mehr dazu sagen, außer, dass dieses Giveaway der neue Dart-Trainingskurs 2 ist. Davon gibt es einen. Und was müsst ihr dafür tun? Nichts anderes als das Finale tippen, was am 3.1. bei der Profidat-Weltmeisterschaft der PDC ausgetragen wird. Wer sind die Final-Teilnehmer? Ihr habt bis zum 24.12. Zeit, das zu tippen, hier unten reinzuschreiben. Aus den Einsendungen, die richtig sind, wird der Gewinner oder die Gewinnerin herausgekramt, gelost oder wie auch immer man das sagen möchte und wird dann noch am Abend benachrichtigt, wenn er hier auf den Kommentar, den ich hier unten dann reinschreiben werde, dann antwortet. Der Zeitungsartikel am Freitag, der hat dafür gesorgt, dass hier wirklich die Bude brennt. Gestern hatte ich zum ersten Mal vier Trainingseinheiten hier drin absolviert. So viel war es noch nie. Ist auch ein sehr straffes Programm gewesen. Heißt aber, momentan geht so viel ab, wird so viel hier umgesetzt und sind auch jetzt für die nächsten Tage etliche Termine angelegt, dass ich ein bisschen kürzer treten werde mit dem Adventskalender. Das heißt, ihr könnt mindestens am 24. etwas erwarten von mir. Da werde ich auf jeden Fall nochmal mich hier melden. Wie es in den nächsten Tagen aussehen wird und in welcher Art und Weise, kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Von daher wünsche ich euch erstmal trainiert smart. Ihr wisst, das ist das Entscheidende, richtig zu trainieren. Manchmal ist smart, hört sich so einfach an, aber hart. Und ja, dementsprechend kann ich nur sagen, hier unten, wer wird im Finale stehen? Welche beiden Dartspieler oder vielleicht ist diesmal eine Dartspielerin? Wer weiß? Keine Ahnung. Wer weiß, was uns da alles noch erwartet und welche Überraschungen wir im Laufe der WM sehen werden? Ja, schreibt es unten rein. Dann könnt ihr das Darttraining 2 gewinnen. Und da kann ich nur sagen, jeder, der das Darttraining 1 hat, der sollte sich unbedingt diesen Teil holen, weil hier geht es nochmal richtig in den mentalen Bereich rein. Das heißt, um seine Leistung auch im Training nicht nur abzurufen, sondern auch im Wettkampf, da ist das hier absolut geeignet. Und ich kann euch nur sagen, das ist so ähnlich wie der Fokuskurs. Jeder, der den Fokuskurs bisher hatte, hat davon gesprochen, dass es ein Game Changer für ihn war, weil die Aufmerksamkeit sich komplett verändert hat. Und genau das wird auch hier passieren. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Zeit. Wir werden uns bald sehen. Und alles Gute. Tschüss. Ja, 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 klar. Das verstehe ich auf jeden Fall. Aber das große Darttraining 2 ist einfach nur mal ein richtig geiler Kurs. Ich würde ihn kaufen. Ich würde mir jeden Tag kaufen. Kannst du mir glauben. Jeden Tag. Der ist wirklich sein Geld wert. Ja, 20% Rabatt gibt es heute. DGDT steht aber unten in der Beschreibung. DGDT 2, so rum. Genau. Kauf ihn dir. Definitiv. Lohnt sich. Ciao.